Wie stelle ich mir das vor als junger Mann? Sie nehmen den Koffer, stehen am Flughafen, besteigen ein Flugzeug in der alten Welt und kommen in einer neuen Welt an. Als Sie hier gelandet sind oder aus dem Fenster geguckt haben, können Sie sich an Ihre Gedanken erinnern? Ja, ich muss erst mal kurz etwas dazu sagen. Neben den Schauspielereien, die ich auch treibe, dann schreibe ich auch sehr viel, schreibe ich auch vieles über die imperatische Sprache. Vor kurzem habe ich ein kleines Buch von mir herausgekommen. Ich erzähle es deshalb, weil in diesen Geschichten, in den Prosa-Formen, die herausgekommen sind, sind die bearbeiteten Erlebnisse von mir, als ich hier kam. Direkt erinnere mich nicht, wie ich mich fühlte. Ich fühlte mich wahrscheinlich gar nicht, weil vieles wollte ich nicht in mir zulassen. Aus der Distanz, jetzt kann ich sagen, vieles war natürlich fremd, viele Gewöhnheiten kannte ich nicht, die Sprache völlig etwas daneben, muss ich mal sagen. Auch die Schreibarten waren total anders und auf einmal diese Einsamkeit, die man fühlt, ist niemand da, kennst du niemanden, niemand spricht mit dir und du musst immer zu anderen gehen, du musst immer etwas anfangen, du musst fordern, vielleicht kriegst du den zurück. Und dann auch diese Ängste von Aufenthalterlaubnis oder Arbeitserlaubnis oder darf ich da hingehen, konnte ich mal hier sitzen, die Sprachformen, werden die Leute mich verstehen, verstehe ich auch die Leute. Diese Ängste waren damals stark zu fühlen, zu spüren und das hat die Einsamkeit eine Tiefe gegeben, die wenigstens bei mir sehr lange Zeit in mir, mich verfolgt hatte oder in mir richtig drin gesessen hatte.